Ich will nicht sterben, bitte! Ist das nicht epischer Screenshot? Okay, okay, bitte! Oh, okay, dann sagen wir wieder genau das gleiche. Okay, dann entsorgen wir ihn mal. Er ist unter der Dusche eingeschlafen, sagen wir so. Ja. Hört sich so an, als hätte man Jung bereits woanders nicht gemacht. Ach so, hier. Das ist natürlich jetzt hier nützlich. Ja, dass die NK nicht bereits herausgeschmuggelt hat. Sucht euch ein Offizier. Das ist auch ein Grund, warum wir nicht auf Experte spielen. Weil da halt das nicht, die ganze Energie. Das ist ziemlich doof. Oh, hier haltet es auch nicht. Ah, das tat gut. Gut. Hier haltet es auch nicht die ganze Energie. Wie toll! Und ich dachte schon, aber es ist halt mehr Energie. Speichern. Ja, das wollte ich auch gerade machen. Schnell speichern. Geht auch langsam speichern. Jetzt werden wir den echten Jungkong-Pong-Popcorn treffen. Ja, wir sollen den Popcorn mal treffen. 7, 6, 4, 9. 7, 6, 4, 9. Hey, hier ist ein Kühlschrank. Cool. Und hier gibt es jetzt jemanden zu verhören, und das ist ziemlich episch, aber man muss erst mal ein bisschen an den Wachen wechseln oder so. Und deshalb müsstest du bitte wieder reingehen, weil die gerade auf uns zukommen. Ha, 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 ich bin gut. Okay, dann nicht. Hä? What? Hä? What? What the? Who knows? Was ist denn mit dem Licht? Hm? Durch den kleinen Türspalt merken die, dass das Licht weg ist. Und durch die Tür sehen die, dass da hinten jemand rumläuft. Wo bist du eigentlich? Ja, die Wachen sind wieder total verdutzt. Ja. Selbst öffnen Türen. Ich könnte Verstärkung gebrauchen. Verstärkung wäre jetzt nicht schlecht. Äh. Ach nee, das war jetzt die falsche Taste. Ich, äh. Hast dich. Hast dich. Oh Gott. Ich brauche Hilfe. Das war cool. Wie? Äh, K.I.A. Kill the action. Aber sowas von action. Mit einem guten Erleid ist das nicht getan. Ach so, ja, der King Young Popcorn, der wird jetzt, äh, seine Wache, eine von denen erschießen. Weil die irgendwie nicht gut war. Und what the fuck, das Licht. Na super. Ähm, tolle Aussicht. Wenn wir das Licht ausmachen, kommen sie hierher, weil das Licht aus ist und sie das merken. Wenn das Licht nicht aussehen ist, sehen die mich durch den Türspalt. Super. Dann nehme ich doch das optische Kabel. Das bringt so immer noch am meisten. So. Macht Lichtzeilen. Hast du? Ich hab geteilte Sicht, ja. Hier. Jetzt können wir alles, äh, ja, aus sicherer Entfernung beobachten. Aber hören nicht sehr gut. So. Okay. Äh, nach links. Warum? Du hast die beste Stelle verpasst. Ja, ich konnte nichts verstehen. Wenn man nach rechts guckt, kann man was verstehen, seltsamweise. Das war die beste Stelle im Spiel. Hast du den Zuschauern alles verdorben? Ne, die beste Stelle im Spiel ist, wenn ich sterbe. Okay. Touché. Okay, das sieht gerade nicht so gut aus, findest du nicht auch? Irgendwie nicht. Warum machst du das? Es kommt nur... Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, es kommt nur warum nicht. Mach mal Licht aus. Äh, das Licht ist aus. Und ich hatte eine Flasche in der Hand. Warum machen? Alles in Ordnung. Okay, bleib mal da. Sonst krieg ich die Wache nicht und bemerken die dich. Sag ich doch. Mein Gott, ey, ich wollte aber auch auf den Dings da. Ich wusste nicht, dass du da bist. Ja, wo soll ich denn sonst sein? Ja, toll, jetzt kommt das. Können wir mal die Stelle da angucken. Ja, toll, dann kann man wenigstens sehen, wenn er erschossen wird. Was jeder von uns natürlich sehen möchte. So sehen wir natürlich nichts. So sehen wir raus. Die. Die. Eiskalt. So eppig war es jetzt aber auch nicht. Gegen. Meiner Skala von 1 bis 10. 8,5. Ich würde dem nur 6 bis 7 geben. Gut, ich würde mal sagen, safe. Du musst schon zugeben, dass wir irgendwie... Äh, cool. Nö. So wie ein Leisure den einfach so erschossen wird. Und so. Na, ich fand die Bewegung nicht eher. Toll. Jemand hat das Licht kaputt gemacht. Ich weiß. Vielleicht hat es ja jemand lieber, wenn es du bist. Das wird sich zeigen. Ja, ich hab's lieber, wenn es dunkel ist. Das ist immer so schritt dunkel. Ja, ich hab's ja günstige Positioni erwischt ihn nie. Komm rein. Schnell. Zu spät. Die ist tot. Äh. What the holy. Das ist ja so. Kann ich nicht gegen innen. Gegen innen? Boah. Vielleicht hat es ja jemand lieber, wenn es dunkel ist. Ja, genau, bleib da. Genau. Wir müssen beide Wachen erledigen. Jetzt hast du die aber gegrabt. Verdammt. Okay. Ich ergebe mich. Sie sind bestimmt amerikanische Kommandos, die hinter unserer Spezialeinheit her sind. Sie sind mit so einem Kerl namens Jong geflohen und wir haben sie dabei gedeckt. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Sie sind die Seitenstraße hinter dem Zaun entlang gegangen. Verdammt. Wenn Jong von den Spezialeinheiten herrscht hat, dass er sie gebracht wurde. Ich ergebe mich bei der Auffassung. Begib dich für eine Verlustung, um weitere Informationen aufzutreiben. Hier drüben. Dieses kommunistische Schwein. Dieses abscheuliche Scheusal. Dieses abscheuliche Scheusal, das seine eigenen Leute umbringt. Okay. Und so. Hör da. Ja, man kann sich jetzt entscheiden, ob man das Rohr runterklettert oder lieber am Seil entlang gleitet, wenn es mal funktionieren würde. Ja. 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 Ich will den Gegner grabben und nicht hier getötet werden. Ich habe Spagatsprung beim Tod gemacht. Super. Helfen mir auch gerade super weicherweise. Ich glaube, ich schieße erst mal die Lampe da hinten ab. Das wäre eine sehr gute Idee. Schade, dass man keinen epischen Move machen kann und zwar im Slide entlang. Am Seil entlang, äh, wie er Waffe ziehen kann. Das wäre geil. Ja. 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 Wir haben jetzt hier drei Optionen, welche die beste ist, ist ja jetzt ziemlich unbedeutend. Ja, du musst aber trotzdem, äh, runterklettern. Aber erst nachdem ich die Wachen erledigt habe, kann ich ja machen. Ach ja, vielleicht jetzt Story, Story relevant ist. Da müsste gleich irgendwie sowas, so eine Referenz zum Singlewerk kommen. Genau. Ich liebe diese Stelle. Wir sind ja immer noch, falls ihr es noch wisst, in diesem Korea-Krieg, Nordkorea, äh, Südkorea. Die machen ja Krieg und ja, wir haben jetzt eine kleine Überraschung gleich für euch. Ja. Ich habe die Szene schon in der Seul-Mission im Einsatzspiel in meinem Letzplay angekündigt, gesagt, keine Ahnung, was auch noch. Ja. Ich werde jetzt auf Schultern klettern einleiten. Er klettert jetzt auf meine Schultern. Und wir werden beschossen dabei. Während er Sprengladungen setzt. Da muss ich...